In unserer heutigen, immer schnelllebigeren Gesellschaft wird die Gesundheit eines jeden Einzelnen durch Faktoren wie Stress, Hektik, falsche Ernährung und mangelnde Bewegung sehr stark belastet und die Zeit für Entspannung und Regeneration kommt häufig zu kurz. Es wird also immer wichtiger, selbst etwas für die Erhaltung der eigenen Gesundheit zu tun und das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden zu stärken. Hier kann die Andulation einen wichtigen und effektiven Beitrag leisten. Die Andulation ist eine neue Behandlungsmethode auf biophysikalischer Basis, welche seit über einem Jahrzehnt zur Linderung von Schmerzen eingesetzt wird. Sie kombiniert mechanische Vibration mit Infrarot-Tiefenwärme. Die Andulation versetzt die im Körper enthaltenen Flüssigkeiten durch die mechanische Vibration in Schwingungen. Die Infrarot-Tiefenwärme sorgt dabei für ein leichteres Eindringen der Schwingungen in den Körper. Die negativen Schmerzsignale werden mithilfe der Andulation durch die positiven Schwingungssignale überlagert. Durch die Einkopplung bestimmter Frequenzen setzt die Andulation auf bestimmte Ebenen im Körper an, auf denen Krankheiten entstehen. Einer mangelhaften Durchblutung und einem unzureichenden Abtransport von Stoffwechselendprodukten wird entgegengewirkt. Den meisten Beschwerden liegen Stoffwechsel- oder Durchblutungsstörungen, etwa bei der Volkskrankheit Rückenschmerzen, zugrunde. Da die Andulation den Stoffwechsel und die Durchblutung optimiert, versucht sie gezielt die Symptome zu lindern. Denn die durch das Verfahren erzeugten Schwingungen bieten dem Körper die Möglichkeit, sich umfassend zu regenerieren. Jede einzelne Zelle wird so durch die Andulationswellen mit Energie versorgt. Dies wirkt sich positiv auf unseren gesamten Organismus aus und fördert unsere Gesundheit und Regeneration. Präventiv eingesetzt, hilft die Andulation einem gesunden Körper, gesund zu bleiben. Die Andulation kann für alle Schmerzen eingesetzt werden, die aufgrund von Durchblutungsmangel und neurologischen Störungen auftreten. Für Schmerzen verursacht durch Rückenerkrankungen, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselstörungen, Lymphstauungen, Stress, Burnout. Auch für gesunde Menschen ist die regelmäßige Andulationstherapie zur Prävention sehr wirksam. Sie zielt nicht auf ein spezielles Organ oder Organsystem ab, sondern beeinflusst alle Funktionen des Organismus positiv. Mit ihren Basiseigenschaften, die den Stoffwechsel und die Durchblutung wesentlich verbessern, legt die Andulation das Fundament zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Wie wirksam und nachhaltig haben inzwischen eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien gezeigt.